Wenn wir Bahnhof verstehen, sagen wir manchmal, das ist chinesisch für mich. Total unverständlich, ein Buch mit sieben Siegeln. Zugleich ist China für viele ein Sehnsuchtsort par excellence. Der weise Konfuzius, der in Rätseln spricht, die Tee-Zeremonien die Entschleunigung verheissen, die chinesische Mauer die Grösse zeigt. Welches Denken steckt hinter diesen Bildern? Gibt es eine chinesische Philosophie? Das frage ich heute Kai Marschall, Professor für Philosophie in Taipei, in Taiwan. Herzlich willkommen. Danke, ja. Freut mich sehr, hier zu sein. Ja, Herr Marschall, Sie waren 19 Jahre alt, das beschreiben Sie in einem wunderbaren Buch, und wollten nicht in einer Welt leben, in der es Atombomben, Biologielehrer, Ronald Reagan, Watson und AIDS gab. Dann haben Sie Mandarin gelernt und sind in die Eisenbahn gesessen und weit weg gefahren. Die Transsibirische Eisenbahn, ja, das war der ursprüngliche Entschluss. Ein bisschen ist dieses Buch ein Versuch, mich selbst zu verstehen. Wie kam es eigentlich dazu? Was für ein Mensch war ich damals, mit 17 oder 18? Spätpubertär oder noch pubertierend und irgendwie völlig verzweifelt. Ich habe sozusagen kein echtes Leben in Europa gefunden, hatte diese unendliche Sehnsucht nach einem echten Leben. Und dann kam plötzlich da diese Begeisterung für die alten Schriften, also Altgriechisch oder Maya oder dann Chinesisch. Maya haben Sie auch noch gelernt? Ich habe es versucht, mir beizubringen, als Schlupflöcher so ein bisschen, sozusagen, um ein echtes Leben zu finden, hinaus in die richtige Welt. Und Sie haben darüber ein Buch geschrieben, Sie haben es schon gesagt, und dieses Buch ist voller Ironie, voller Selbstironie. Sie beschreiben da auch einen Studenten mit Akne, der nicht so recht landen kann bei den Frauen, der mit sich und der Welt hadert. Der zieht nach Heidelberg, später dann nach Paris, Osaka und schliesslich Taipei. Und da sind Sie nun tatsächlich Professor für Philosophie geworden. Und dass wäre das nicht schon rätselhaft genug, diese ganze Reise, hat dieses Buch noch einen sehr rätselhaften Titel. Das heisst nämlich, Tritt durch die Wand und werde, der du nicht bist. Ziemlich rätselhaft. Genau, ja, und ich wollte auch tatsächlich einen rätselhaften Titel. Also, die Leserinnen und Leser sollten sozusagen dieses Gefühl des Überwältigtseins, was ich damals hatte, als ich zum ersten Mal in China war, mit der transsibirischen Eisenbahn nach China mit 22, das sollten die so ein bisschen nachempfinden können. Also, ich wollte da nicht einfach schreiben, Einführung in die chinesische Philosophie. Sollte etwas rätselhaft klingen und Tritt durch die Wand, das wird dann sehr schnell klar, kommt aus einem Zen-Klassiker, die Idee, dass man irgendwie einen Perspektivwechsel wirken muss, sich ganz anders sehen muss und die Welt neu sehen muss. Und werde der du bist oder werde der die du bist, vielleicht heute besser. Das kommt von Nietzsche. Und dann eben mit diesem Nicht-in-Klammern, ironisch, wer sind wir eigentlich? Vielleicht sind wir ja gar niemand, zu dem wir werden können. Das heisst, der Titel ist sozusagen erfunden. Genau, ja, das ist eine Provokation. Also, ich versuche immer, ich spiele, wie Sie gerade sagten, immer mit dieser Ironie des Anderen. Ich wollte nicht da sozusagen in Ehrfurcht erstarren vor dem Anderen und dann das ganz Andere heraufbeschwören, sondern irgendwie auch durch mich selbst, was habe ich da eigentlich gemacht in diesen letzten 20 oder 25 Jahren, wie habe ich Chinesisch gelernt oder bin ich vielleicht selbst fast schon zu einem Chinesen geworden? Ich wollte darüber ironisch schreiben und mich selbst besser verstehen und dann natürlich auch vor allem das chinesische Denken vorstellen, soweit das geht. Leben ist ja immer werden und wir verändern uns dauernd und haben trotzdem das Gefühl, so eine Geschichte zu haben. Glauben Sie, Sie sind mehr ein Anderer geworden, wie so ich zum Beispiel, die eigentlich immer mehr oder weniger in der Schweiz gelebt hat? Das ist eine gute Frage, ja. Bestimmt, also in irgendeiner Weise muss ich das ja. Also ich habe Deutschland seit fast 20 Jahren, also seit etwa 20 Jahren lebe ich nicht mehr in Deutschland. Ich komme natürlich immer wieder zurück nach Deutschland, nach Europa und ich lebe in einer ganz anderen Lebenswelt, in einem Kontext, den viele, auch meine Freunde oder aus meiner Familie nicht mehr unbedingt verstehen. Die sprachlich nicht mehr nachvollziehen können und dann aber auch lebensweltlich. Was sind das da für Menschen eigentlich, die an Taiwan oder in Shanghai, in Hongkong? Und also es ist einfach, ich bin mir selbst vielleicht auch nicht mehr ganz durchsichtig. Ich glaube, das ist jeder von uns. Ab 40 versteht man selbst nicht mehr so ganz genau, wer man eigentlich ist, glaube ich. Oder man bestimmte Entscheidungen, die man mit 20 getroffen haben, die Bedeutung versteht man vielleicht erst sehr viel später und auch vielleicht versteht man sie nicht mehr so ganz. Und ich denke, dass für diese Erfahrung, das hoffe ich, können eigentlich doch viele Menschen nachvollziehen. Auch wenn sie nicht, wie Sie, nie in China gelebt haben. Das finde ich jetzt wahnsinnig interessant, weil ich immer gedacht habe, wenn man älter wird, versteht man sich besser. Vielleicht, ja, aber ist das so? Ich weiss es nicht. Ich bin mir nicht so ganz im sicheren und im klaren da. Und gerade im Buddhismus gibt es natürlich diese Grundskepsis. Gibt es überhaupt ein beständiges Selbst, dass da also, bin ich damals vor 20, ich war mal dieser junge Mensch, der an sich selbst gelitten hat, und mit 20 bin ich immer noch derselbe heute. In irgendeiner Weise natürlich schon, ich verstehe mich noch da und ich erkenne mich auch in gewisser Weise wieder in der Hinterlassenschaft dieses Menschen. Bestimmte Charaktereigenschaften teile ich noch mit ihm. Aber dann gibt es eben auch immer wieder dieses Gefühl der Fremdheit. Und über dieses Gefühl der Fremdheit möchte ich heute mit Ihnen sprechen und über diese Rätselhaftigkeit. Ich habe ja ganz am Anfang auch gesagt, es ist immer beides. Es ist einerseits dieses Rätselhafte, wenn ich an Ostasien denke, und gleichzeitig auch ein Sehnsuchtsort. Und in Ihrem Buch nennen Sie ein Zitat von C.G. Jung, das mich irgendwie sehr berührt hat. Und zwar hat C.G. Jung über das ostasiatische Denken etwas geschrieben. Und da steht, das Licht dieser Weisheit leuchtet nur in der Dunkelheit, nicht im elektrischen Scheinwerferlicht des europäischen Bewusstseins und Willenstheaters. Ja, ich fand es genauso schön, wie Sie das aber auch gefunden haben. Ich musste es irgendwann mal auf einer Bibliotheksrecherche gefunden haben und irgendwie ist mich das angesprungen. Weil es klingt erst mal sehr orientalistisch, dass andere das irgendwie wir nie durchdringen können. Aber dann, wenn man darüber nachdenkt, dann trifft er da schon etwas mit. Der C.G. Jung, der natürlich auch nie wirklich Sinologe war, der nicht chinesisch gesprochen oder gelesen hat, aber er trifft etwas. Die Tatsache, und ich fasse das in meinem Buch dann so zusammen, dass eben dieses chinesische Denken, das klassische chinesische Denken, also so vielleicht von 500 vor Christus bis vielleicht 1600, 1700, bis in die frühe Neuzeit, dass dieses Denken irgendwie uns entzogen ist, weil eben die Lebensformen ganz andere sind. Moderne Lebensformen sind sehr flexibel, hochflexibel und setzen auf Autonomie und auf bestimmte Werte, die den Menschen damals nicht unbedingt vertraut gewesen sind. Die Tatsache ist ja auch, dass Chinesen heute nicht mehr ihre eigene Tradition verstehen. Also diese Tradition ist irgendwie etwas entrückt. Wobei, darüber werden wir noch sprechen. Das ist ja umstritten. Es gibt ja gerade in der Politik ein grosses Bekenntnis wieder zum Konfuzianismus. Aber bei diesem Punkt würde ich ganz gerne kurz mit Ihnen bleiben, weil Sie jetzt gesagt haben, diese Zeit der Philosophie, eben ungefähr bis 1600, die ist irgendwie so fremd, wenn man das vergleicht mit den Lebensformen heute. Nun würde ich sagen, das ist für uns in Europa ja genauso. Also ich lebe jetzt auch nicht mehr wie Aristoteles auf der Akropolis oder was. Aber gleichzeitig würden wir doch sagen, wir können problemlos über die Freundschaft lesen von Aristoteles oder über die Schnelligkeit des Lebens von Seneca und das unmittelbar verstehen. Ja, 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 ja. Ist es fremder in Ostasien? Es ist natürlich immer eine Sache des Vergleichs und sozusagen, damit ringe ich in meinem Buch. Also man kann natürlich irgendwie, wir lesen Goethe oder wir lesen den Faust oder wir lesen Götz von Berlichingen oder Schiller oder wir hören bestimmte Opern und irgendwie erkennen wir uns sofort in diesen Dingen wieder, in diesen Kunstwerken und wir glauben uns dann als Europäer und dann sehen wir so etwas Chinesisches, zum Beispiel eine Kalligrafie oder ein Landschaftsgemälde und irgendwie verstehen wir das nicht und wir nehmen das nicht so direkt wahr. Es ist relativ flach sozusagen, weil wir nicht die Schrift können, wir verstehen auch nicht die dahinterliegenden Motive und auch gerade eine Kalligrafie, wenn Sie eine chinesische Kalligrafie gesehen haben, vielleicht sehen wir später noch welche, es ist eine andere Form des kulturellen Ausdrucks. Und der uns nicht so sehr ansprengt, eben wie zum Beispiel die italienische Oper. Und damit sozusagen, da kommt schnell sehr schnell der Vergleich, irgendwie China ist eben anders oder China ist uns irgendwie, irgendwie sind wir halt dann doch Europäer und die europäische Zivilisation ist doch der chinesischen Überlegen. Dieser Schluss kommt sehr schnell und dagegen wehre ich mich ein bisschen. Genau, darüber möchte ich auch nachher noch sprechen, aber ich meine dir jetzt erst einmal, weil Sie gesagt haben, diese chinesische Philosophie ist auch für die heutigen Chinesen fremd. Genau, genau, weil eben, wenn man sich das anschaut, einmal ist natürlich die Tatsache, dass diese Texte in klassischem chinesisch verfasst sind. Zum Beispiel das Daodejing, also das berühmte, dieser Lao Tse, das ist klassisches Chinesisch, nicht modernes Chinesisch, das ist also schon ein bisschen entrückt. Und dann ist die Tatsache eben auch, dass die Philosophie, auch in China, die Gegenwartsphilosophie, ist natürlich viel stärker analytisch und begrifflich geformt und Dinge sollen benannt werden. Und während man das eben in den klassischen chinesischen Texten so nicht hat, dann kommen viele Geschichten, viele Metaphern und oft wird zum Beispiel im Zhuangzi, einem Klassiker des Taoismus, werden viele Geschichten erzählt und Parabeln. Das würde man eben in der Gegenwartsphilosophie auch in China oder in Taiwan nicht mehr so machen. Und das ist aber ein Argument für diese Entzogenheit oder Entrücktheit. Da sind wir eigentlich schon mittendrin und Sie haben gerade den Taoismus angesprochen. Wir sprechen ja eigentlich von drei Traditionen gleichzeitig. Es wird heute ein Schnellzug, eine superschnelle transsibirische Eisenbahn. Also wenn wir über chinesisches Denken sprechen, sprechen wir über Konfuzianismus, Taoismus und Buddhismus. Und wir wollen mal kurz anfangen mit dem Konfuzianismus. Und ich habe Mulan Sun im Vorfeld getroffen, eine Architektin, die in Zürich lebt. Sie ist Präsidentin der Architekten- und Künstlerkammer Schweiz-China. Und ich habe Sie auch gefragt, ob das chinesische Denken und Konfuzianismus für Sie auch irgendwie rätselhaft bleiben. Für mich ist die chinesische Philosophie auch rätselhaft. Sogar schwägt zu verstehen. Man versucht seit Generationen immer wieder zu verstehen. Wenn man das Buch Luu liest, der erste Eindruck ist, Konfuzianismus sagt nicht, das ist ein Freud, das ist ein Richtiges, das ist ein Falsches, sondern er hat selber wie eine Art Frage gestellt, ist das nicht ein Freud? Ist das nicht richtig? Und es sieht so aus, dass er selber gar nicht sicher war über seine eigene Aussage. Aber in der chinesischen Mentalität verstehen wir, dass so Konfuzianismus, er ist selber sehr sicher. Er weiß ganz genau, was er sagen möchte oder was er sagen kann. Aber diese Frage zeichnen ist für seine Schule, für alle Nachfolger. Alle haben Fragen im Leben. Ich habe gehört, so von Konfuzius, aber ob das in meinem Leben funktioniert. Konfuzius geben uns die Möglichkeiten, selber auszuüben, in unserer Realität in Praxis zu bringen. Ja, das war eine sehr schöne Einspielung und im Grunde veranschaulicht das so ein bisschen, was ich gerade erzählt habe, dass eben auch für heutige Chinesen und Chinesinnen Konfuzius nicht transparent ist. Also Konfuzius ist eine schillernde Figur. Es gibt im Grunde nicht einen Konfuzianismus, sondern es gibt dutzende Konfuzianismen und genauso gibt es verschiedene Konfuziusgestalten. Und in jedem Jahrhundert haben die Chinesen den Konfuzius anders verstanden. Also dass er einmal erst mal dieser Lehrer, der eben auch wie ein Lehrer spricht, oft in Plattitüden, also der erste Satz gleich etwas lernen und sich dann im Erlernenden immer wieder üben, ist das nicht Zufriedenheit? So ein Satz, der im Grunde gar nichts sagt. Also das ist eine Plattitüde. Oder dann, wer sich im Griff hat, der macht selten Fehler. Das sind Lehrsprüche oder ja, das sind Aussprüche, die relativ platt daherkommen. Und das ist sozusagen dieser Lehrer, darauf ruht die gesamte ostasiatische Kultur, dass dieser Lehrer immer Recht hat. Und irgendwie die Schüler werden angehalten, diese Sprüche zu verinnerlichen und auf ihr eigenes Leben anzuwenden. Und dann gibt es eben neben dem Lehrer noch diesen sozusagen Ritual- und Zuchtmeister, nenne ich das, der oft etwas autoritär herüberkommt, also ein bisschen oberlehrerhaft. Also die eigenen Schüler, er hat ja hunderte von Schülern oft auch zusammenstaucht. Das ist so eine Charakterschule. Also er möchte irgendwie diese Schüler zu besseren Menschen machen. Und das kann dann auch irgendwie oft etwas Unangenehmes haben. Und ich ringe in meinem Buch so ein bisschen, also ich stoße mich da auch an den Konfuzius. Also ich möchte nicht von oben herab über Konfuzius sprechen, sondern wirklich ihn zeigen als einen Lebendigen oder als einen Menschen, der durchaus auch direkt mit uns sprechen kann und in ein Gespräch kommen kann. Und neben diesen beiden ersten Konfuzius-Gestalten gibt es noch einen dritten, den ich vielleicht als einen Ironiker bezeichnen würde. Der also irgendwie die Leute direkt da abholt, wo sie sind, in ihren eigenen Lebensproblemen und der sich oft auch so ein bisschen lustig macht über dieses Bedürfnis der eigenen Schüler, feste Lehren zu haben. Also irgendwie etwas Festes, eine Antwort zu bekommen, auf die man sich dann immer berufen kann. Das, was sie vielleicht gemeint hat, auch mit dem Fragestellen. Und also Konfuzius entzieht sich diesen Wissensansprüchen immer so ein bisschen. Und in diesem Punkt ähnelt er ein bisschen dem Sokrates. Dem wird er ja oft an die Seite gestellt. Aber da würde ich eben sagen, er hat nicht dieses Schmeissfliegenhafte oder dieses Ruppige von Sokrates. Also er würde nie, denke ich, wildfremde Menschen auf der Strasse ansprechen und dann mit ihnen über Philosophie diskutieren wollen. Dafür war Konfuzius zu wohlanständig, irgendwie zu ordentlich und zu sehr an Ritualen interessiert. Es gibt ja eigentlich gar nicht wirklich überliefert, klar, Bücher jetzt von Konfuzius, sondern man schreibt ihm einfach gewisse Dinge zu. Genau. Es gibt aber wohl auch sehr viele Zitate, die Konfuzius zugeschrieben werden, die irgendwann einfach erfunden wurden. Genau, ja. Da zeigt sich das wieder. Das ist im Grunde diese Leere im Zentrum der Tradition, die immer irgendwie ausgefüllt werden muss. Es gibt natürlich dann später Konfuzianer der zweiten oder dritten Generation, die zum Beispiel Menzius wird oft genannt oder auch Schünse, die versucht haben, diese Ideen des Konfuzius irgendwie systematischer auszuarbeiten. Und da sieht man dann auch durchaus philosophische Traktate. Also man darf nicht stehen bleiben bei diesem ersten Bild. Konfuzius als der Oberlehrer oder wie Hegel sagt, es wäre besser gewesen, ihn gar nicht zu übersetzen, weil er irgendwie so platt ist. Aber man muss sehen, es gibt dann wirklich Traktate und Abhandlungen über die konfuzianischen Ideen und die dann auch systematisch durchgearbeitet werden. Könnte man aber vielleicht doch sagen, so eine Kernidee des Konfuzianismus ist diese Idee des edlen Menschen. Ja. Diese Idee, dass wir eigentlich charakterstark sein sollen, so gewisse Anstandsformen bewahren, zum Beispiel Respekt gegenüber den Ahnen, gegenüber den eigenen Eltern, so gewisse Tugenden verinnerlichen sollen. Genau, genau. Und vielleicht, was ich interessant finde, auch die Überlegung, im Zentrum steht nicht so sehr die Frage, was steht mir zu. Wir haben ja heute im europäischen Denken eine sehr starke Rechtsidee. ich bin ein Individuum mit Rechten, ich bin frei geboren und ich darf für mich sorgen, sondern eher umgekehrt, wie kann ich dienen? Wie bringe ich mich dazu, für andere da zu sein? Genau, das ist sicherlich eine Grundorientierung des klassischen Konfuzianismus, die sich bestimmt durchgehalten hat bis ins 16. oder 17. Jahrhundert. Also das darf man nicht verwechseln mit dem heutigen China, aber traditionell war China in der Tat sehr stark an, ja, der einzelne Mensch wurde an Pflichten ausgerichtet und es gab, also gerade in der Familie natürlich enorme Ansprüche an die Söhne, die Familie weiterzuführen und die Töchter waren sowieso eher ein bisschen am Rande, es gab enorme Ansprüche und das ist das eine. Es gab natürlich dann auch immer Gegenbewegungen, auch also die Idee zum Beispiel, dass Söhne und Töchter auch die eigenen Eltern kritisieren dürfen, das wurde durchaus auch mal artikuliert und es gab also, ich spreche dann von einem linken oder rechten Konfuzianismus, es gab immer Konfuzianer, die stärker an dieser, sozusagen an der Ordnung interessiert waren, also diese Familienordnung muss auf jeden Fall bewahrt werden und dann gab es auch immer Konfuzianer, die eher vielleicht links waren, die sozusagen an sozialen Idealen interessiert waren, zum Beispiel das Ideal der Gleichheit, das ist sehr wichtig, dass eben alle Menschen Bildung erhalten müssen und auch ab dem 12. Jahrhundert schloss das auch Frauen ein, also nicht nur die Männer, auch die Frauen sollten eine Bildung erhalten und das ist in vieler Hinsicht, wenn man das vergleicht mit Europa, ja durchaus modern, also im 12. oder 13. Jahrhundert war Europa noch nicht so weit und da haben die Konfuzianer also auch durchaus reformatorische oder sogar revolutionäre Züge. Und im Konfuzianismus gibt es eben doch diese Ideen, die man so ein bisschen systematischer auftröseln kann, eben diese Tugendidee, der edle Mensch zum Beispiel, aber wenn wir jetzt weitergehen zum Taoismus, dann wird es für mich ganz verworren. Und ich habe auf Facebook im Vorfeld auch gefragt, was interessiert euch, was interessiert die Zuschauerinnen und Zuschauer an chinesischer Philosophie und da war sofort die Frage, wir wollen wissen, was ist das Tao? Wunderbare Frage, ja. In meinem Buch beschreibe ich das, also wie ich dann so angefangen habe mit 22, 23, also ich hatte etwas Chinesisch gelernt und dann hatte Seminare besucht und dann dieses Ringen, wenn man anfängt, das Tao de Jing zu lesen, was ist eigentlich das Tao? Das Tao de Jing, vielleicht kann ich das? Das Tao de Jing, der Klassiker, ich hatte gerade den Zhuangzi erwähnt, der zweite taoistische Klassiker, das Tao de Jing, ist ja das berühmteste Buch, sagt man immer in China, also so was bei uns die Bibel ist, ist in China, das Tao de Jing, also das ist ein Klassiker, ganz kurz, also es sind 81 Abschnitte, über Laozi ist vielleicht bekannter, Laozi. Es ist sozusagen der Autor. Der Autor, wenn es den überhaupt gegeben hat, wahrscheinlich gab es den gar nicht. Wieder ihn zugeschrieben, ja. Genau, es gab also diesen Klassiker, dieser Text, 81 Abschnitte und das ist sehr rätselhaft und irgendwie umkreist der Autor dieses Buches das Tao und das Tao wird immer wieder beschrieben als dunkel, als nicht zugänglich, irgendwie als, als, ja, verworren sagt er vielleicht nicht so, aber es ist entzogen, es ist glatt oder es übersteigt unsere Vernunft und weil irgendwie versucht er es irgendwie doch dann einzukreisen und wenn man nach einer Definition des Tao sucht, dann müsste man so einen Klassiker sozusagen aufmachen und dann nachschauen, aber eine Definition in unserem Sinne oder in einem sokratischen Sinne gibt es eben niemals. Aber man muss sich, ich beantworte das in meinem Buch dann so, dass eben diese Frage, was ist das Tao, letztlich ein bisschen eingeklammert werden muss. Es geht um einen intuitiven, ein Einfühlen in das Tao und das Tao wird oft übersetzt als Ordnung oder Prinzip oder Urgrund. Es hat halt sehr verschiedene Facetten, aber letztlich kann man diese Facetten, ja, nur alle zusammen sehen. Also man muss sich in das Tao einfühlen, man muss es wissen und das wird dann später in anderen Schulen auch weiterentwickelt. Es geht irgendwie darum, dass man, sobald man das Tao weiss, dass man dann irgendwie gelingend, in einer gelingenden Beziehung zur Wirklichkeit treten kann. Sind Sie hier, verstehe ich jetzt chinesisch. Weil ich irgendwie denke ... Es ist also praktisch, man muss sich einüben, ja. Dann ist es aber für mich ziemlich weit weg von Philosophie. Ist das dann so etwas wie Meditieren, so etwas wie im Buddhismus sich ins Nirwana irgendwie begeben wollen, sich ins Nichts versenken? Ist das die Auseinandersetzung mit dem Tao? Über die Frage, ob der Buddhismus und Taoismus Philosophie sind, können wir vielleicht später nochmal sprechen. Aber der Taoismus hat, einige Übereinstimmungen mit dem Buddhismus. Und gerade in Wang Bi, also der Hauptfigur meines Buches, in der Analyse von Wang Bi, mache ich das ja ein bisschen klar. Vielleicht sagen Sie ganz kurz, wer Wang Bi ist. Ja. Ist ein ganz wichtiger Philosoph. Wang Bi ist im dritten Jahrhundert nach Christus dieses unglaubliche Genie, das nur 23 Jahre lang gelebt hat und doch die drei wichtigsten Bücher der chinesischen Zivilisation kommentiert hat. Also das Tao Te Ching, dann die Gespräche des Konfuzius, den hatten wir gerade schon erwähnt, und das Buch der Wandlung. Das sind so wirklich die drei Core Classics der chinesischen Zivilisation. Und er im Alter von 15 oder 16, wirklich als ganz junger Mann, muss er sich das erarbeitet haben und dann das aufgeschrieben und ist dann mit 23 Jahren an einer Krankheit verstorben. Und dieser Wang Bi lebt im dritten Jahrhundert nach Christus, also etwa zur Zeit des römischen Weltreichs. Und in einer ganz eigenartigen Zeit, wo China im Bürgerkrieg versunken war und viele sozusagen Gewissheiten sind zusammengebrochen und die Menschen waren auf der Suche und hatten sozusagen ein metaphysisches Bedürfnis. Dann gab es plötzlich viele junge Menschen, die dann Drogen genommen haben. Das beschreibe ich in meinem Buch. Also diese Haschrebellen sozusagen, wie so ein bisschen wie die 68er, die lebten dann da in diesen chinesischen Städten. Das fanden Sie natürlich super als junger Mann. Das fand ich als junger Mann super, genau. Und dann dieser Wang Bi mittendrin, der wahrscheinlich auch mit von diesen Drogen genommen hat und dann aber gleichzeitig eben ganz relativ nüchtern oder rational diese drei Texte kommentiert hat. Und das, ja, bis heute glaube ich, dass Wang Bi sozusagen der Ground Zero der chinesischen Kultur ist. Und jetzt gehen wir zurück zu diesem Dao, also dieser Wang Bi, der kreist auch um dieses Nichts. Ganz viele seiner Texte befassen sich mit dem Nichts. Jetzt kann man ja polemisch sagen, wie kann man sich mit dem Nichts befassen? Da ist ja eben Nichts. Eine tolle Frage. Also das Nichts im Daoismus, wenn man sich das anschaut, dann ist es ein Leerbegriff. Also sozusagen, es kommt an. Mit zwei E oder E-H? Zwei E wahrscheinlich, ja. Also es ist leer, es wird nicht direkt ausgefüllt. Einmal gibt es eine kosmologische Erzählung bei Wang Bi, dass irgendwie das gesamte Weltall aus dem Nichts entstanden ist. Das kann man noch leicht verstehen. So ein bisschen wie der Big Bang. Da gab es mal das Nichts und irgendwie das Nichts war schöpferisch tätig und hat das gesamte Weltall und die 10.000 Dinge hervorgebracht. Das ist das eine. Und dann gab es eben diese andere, gibt es bei Wang Bi diese andere Erzählung, dass das Nichts irgendwie in unserem Alltag direkt vorhanden ist. Und dass man also sozusagen vielleicht auch durch Meditation, durch bestimmte, ja, als asketische Praktiken sich dem Nichts nähern kann. Also dass man, indem man die eigene Egozentrizität abbaut. Also der deutsche Philosoph Ernst Tugendhat, hat da ein sehr schönes Buch zugeschrieben, dass eben das Tao nicht als ein metaphysischer Begriff letztlich verstanden werden darf, sondern lebenspraktisch. Also das Tao oder das Nichts sind bestimmte Orientierungspunkte. Und indem wir uns sozusagen ausrichten auf das Nichts und unsere eigenen Begierden reduzieren, so heißt es im Tao Te Ching, öffnen wir uns im Grunde für die lebendige Gegenwart. Wir müssen das eigene Ich ein bisschen einklammern. Und dieser Gedanke ist im Grunde schon sehr nah am Buddhismus, ja. Und ist dieser Gedanke auch jetzt im modernen China, zum Beispiel unter Ihren Studierenden, ist das verbreitet? Also das wird auch praktiziert? Es gab halt immer schon in chinesischsprachigen Gesellschaften einen populären Taoismus oder einen sogenannten religiösen Taoismus. Und der ist in China vorhanden oder er kommt jetzt wieder. Aber gerade in Hongkong und Taiwan ist er extrem verbreitet. Also es sind wahrscheinlich, wenn man mal in Meinungsumfragen dann würde man sehen, dass wahrscheinlich die Hälfte der taiwanischen Menschen Taoisten sind. Also es gibt dann Tempel, wo man da nicht reingeht und es gibt bestimmte Gottheiten, die dann das Tao personifizieren und denen man sich irgendwie nähert. Das ist der religiöse Taoismus. Dann gibt es eben auch den philosophischen Taoismus. Und Wang Bi gehört eher zuletzt daran. Ja. Beide haben natürlich Übereinstimmungen. Und das ist ja jetzt interessant, weil Sie vorhin auch gesagt haben, wir können darüber diskutieren, ob Buddhismus und Taoismus eigentlich Religionen sind. Und ein Kriterium könnte sein, gibt es da eigentlich Gottheiten, die man anbetet. Die gibt es ja zum Beispiel im Konfuzianismus klarerweise nicht. Es gibt keine Gottheiten. Es gibt Geister, so Ahnengeister. Aber man betet nicht zu einem Gott im Konfuzianismus, oder? Also es ist keine, also diese Idee, dass da ein allmächtiger, allwissender Gott sei, der uns irgendwie alles, der alles weiß, was wir tun und der uns irgendwie auch, die unsere Zukunft kennt, wie wir das im Christentum haben, die gab es natürlich nicht. Das gibt es aber auch nicht im Buddhismus und im Taoismus. Nein, überhaupt nicht. Und dann gibt es im Taoismus, also in diesem religiösen Taoismus, den ich gerade beschrieben habe, gibt es halt Lokal-Gottheiten. Zum Beispiel, ja, also mitunter werden sogar Bäume angebeten oder bestimmte angebetet oder bestimmte, ja, Menschen, die sich später in Gottheiten verwandelt haben. Das ist aber eher dann dieser, sozusagen, was ich gerade den religiösen Taoismus genannt habe. Das gehört eher dazu, ja. Jetzt haben Sie vorhin auch das Buch der Wandlungen erwähnt, ein ganz wichtiges Buch, eben neben diesem Tao Te Ching und dieser anderen konfuzianistischen Schriften. Und in diesem Buch geht es auch, eben um die Frage, wie verändert sich eigentlich alles? Was kommt woher? Wie hängt das alles zusammen? Und da gibt es ein Prinzip, das Yin und Yang-Prinzip. Und das fand ich zum Beispiel als Kind ganz toll und als Jugendliche. Das ist mein alter Geldbeutel, uralt mittlerweile, den ich auch nicht mehr benutze. Aber das ist mir wieder eingefallen, weil ich, als ich in meiner Jugend fanden wir dieses Zeichen unfassbar toll. Und für uns war das das Zeichen männlich und weiblich, irgendwie in einem. Wir sehen es hier auch noch einmal. in Schwarz-Weiss. Aber das ist ein sehr viel umfassenderes Zeichen, eigentlich Yin und Yang, wobei das Zeichen, das Symbol selbst stammt ja erst aus dem 11. Jahrhundert. Genau. Aber die Idee ist viel älter. Also Yin und Yang, das ist, gerade also im Buch der Wandlungen ist es ganz zentral und im Tao Te Ching, das sind also Wirkkräfte. Also ich spreche immer von Wirkkräften. Und Sie haben gerade das Männliche und Weibliche angesprochen. Es ist natürlich, es ist abstrakter. Also es ist ein aktives Prinzip und ein passives Prinzip. Es ist ein helles, ein Prinzip der Helle und ein Prinzip der Dunkelheit. So wird das in allen klassischen Texten beschrieben. Und es sind keine, es ist, also in China kannte kein Atomismus. Also man nahm immer an, es gäbe da so Energieströme oder Wirkkräfte. Und Yin und Yang hat man dann herangezogen, um das zu beschreiben. Also zum Beispiel im Frühjahr, wenn sozusagen alles blüht und gedeiht, dann kommt das Yang und im Herbst eher dann das Yin. Es gibt da eine zyklische Bewegung. Also so etwas wie Pantarei bei Heraklit, alles fliesst? Ja, vielleicht. Manchmal wird es damit verglichen. Also dieses Yin und Yang ist natürlich nicht erfahrungs-, sozusagen wissenschaftlich nachweisbar. Das sind bestimmte Kategorien, die man in sehr vielen dieser frühen chinesischen Texte findet und die für diese Menschen damals Sinn gemacht haben. Für Sie spielt das ja eine ganz grosse Rolle. Und Sie haben ja auch gesagt, Sie wären bereit, hier mal noch so andere Yin und Yangs aufzuzeichnen. Und da geht es jetzt um Hexagramme. Jetzt bin ich sehr gespannt, weil ehrlich gesagt habe ich das im Buch nicht alles ganz verstanden. Jetzt wird es hoffentlich nicht esoterisch, ja. Also das ist die Idee, dass chinesische Philosophie esoterisch sei, sollten wir zu sein, sollten wir zurückweisen. Also das ist zum Beispiel, das ist das Erste. Das erste Hexagramm, Nummer eins, das Schöpferische. Da sehen wir von unten, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Plätze. Und jeder auf jedem Platz kann entweder eine Yang-Linie... Also Hexagramm, eine Zeichnung mit sechs Hexalinien. Genau. Also eine durchgezogene Linie vertritt das Yang. Und eine unterbrochene Linie vertritt das In. Und man kann sich dann überlegen, also wenn es sechs Plätze gibt und zwei Möglichkeiten, gibt es insgesamt 64 Möglichkeiten. Und wie die angeordnet sein könnten. Und da gibt es 64 Hexagramme. Und Leibniz war zum Beispiel fasziniert von dieser Idee. Also das kommt wahrscheinlich aus der Wahrsagerei. Also 1000 vor Christus oder so ist das Buch in der Wandlung verfasst worden. Und das hat seine Ursprünge in der Wahrsagerei. Aber es wurde dann später in der chinesischen Kultur immer mehr, ja, mit abstrahieren, es wurde immer abstrakter gefasst und wurde immer philosophisch, stärker philosophisch aufgeladen. sodass man eben dann eben dieses Hexagramm, das Schöpferische Nummer 1, dass man... Nur Yang? Ja, nur Yang. Also man sieht den reinen, das reine Yang, die reine Yang-Energie, dass man eben dann angenommen hat in der Natur, könne man dieses Yang direkt sehen, dieses Hexagramm. Und die Leute haben dann... Zum Beispiel? Zum Beispiel eben die Idee des Frühlings, was ich gerade gesehen habe. Das ist dann nur Yang. Das ist dann reiner Yang. Ja. Und dann gibt es eben das Hexagramm Nummer 2, zum Beispiel, das reines In. Das sieht man beim Verblühen. Genau, ja. Also dieses 6 Mal. Und dann, ja, dann gibt es alle möglichen anderen Hexagrammer, vielleicht noch ein weiteres, um das zu veranschaulichen. Also das ist die Stockung. Und warum heißt das die Stockung? Vielleicht kann man das so erklären, dass unten 3 Mal in liegt, also von unten nach oben muss man das lesen. Und oben ist sozusagen dieses in blockiert von diesen drei Yang-Linien. Das ist also eine Dynamik, ein dynamischer Prozess, der den alten chinesischen Philosophen zu folgen, jederzeit stattfindet. Das heisst, unsere ganze Welt könnte beschrieben werden, das Werden und Vergehen, das Männliche und das Weibliche, das Helle und das Dunkle, in 64 Hexagrammen? Vielleicht Konstellationen, also bestimmte Konstellationen, die man im Leben antrifft. Und hat das auch eine Auswirkung auf mein eigenes Leben? Also gibt es Phasen, da bin ich Yin, und Phasen, da bin ich Yang, und dann habe ich eine Stockung? Ja, genau, also zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, das Buch der Wanderung hat seinen Ursprung in der Wahrsagerei, und bis heute findet man Wahrsager in Taiwan, also in Taipei auf den Straßen oder in Hongkong, die sowas dann auch einem auslegen können. Also die dann zum Beispiel mit der Hilfe des Münz-Orakels, also die Münze hat zwei Seiten, einmal Yin, einmal Yang, und man wirft die Münze, kann man also sozusagen sich mit Hilfe von sechs Würfen ein Hexagramm zusammenbauen. Und der Wahrsager, und man geht zum Wahrsager und stellt eine Frage, also wie ist jetzt die Situation, in der ich mich gerade befinde, ich möchte zum Beispiel ein Haus kaufen oder ich möchte eine Familie gründen, der Wahrsager betätigt dann dieses Münz-Orakel und legt einem dann ein Hexagramm an. Und das kann man dann weiter interpretieren und sozusagen auf das eigene Leben anwenden. Das ist diese Wahrsagerei. Das ist jetzt aber auch wieder rätselhaft. Ja. Also ich habe dann zum Beispiel Yin, Yang, Yin, Yang, Yin, Yang, zum Beispiel, würfelt der für mich? Ja, ja. Und dann soll ich daraus ablesen, ob ich das Haus jetzt kaufen soll oder nicht? Es gibt eben in diesem Buch der Wandung nicht nur diese Hexagramme, sondern es gibt dazu Sprüche. Und diese Sprüche kann man deuten. Ja. Und das ist auch sozusagen, natürlich, ich gebe das gern zu, ist etwas, was sich uns entzieht, weil wir natürlich damit nicht aufgewachsen sind. Und auch die heutigen Chinesen, die wenigsten Chinesen, kennen das noch. Aber in der traditionellen, gelehrten Kultur Chinas war das Standard. Also jeder Gelehrte oder jeder Mensch, der sich irgendwie als Intellektueller verstanden hat, der kannte diese 64 Hexagramme. und ist eben damit so vorgegangen. Man kann da sehr abstrakt, sozusagen so ein bisschen vielleicht wie bei Platon, wenn man sich überlegt, Platon, die Ideenlehre ist ja auch relativ weit abgehoben von unserer Lebenswelt. Irgendwann gab es da Spekulationen oder die Pythagorea. Also es ist natürlich nicht mehr so lebend, nicht mehr uns heute, nicht mehr so sehr nah, aber es ist Teil der chinesischen Kultur und ich würde sagen auch Teil einer globalen Philosophie. Ja. Mich interessiert natürlich als Philosophin und sie genauso immer auch der Zusammenhang zwischen Sprache und Denken. Ja. Und wenn ich Ihnen zuhöre und dieses Buch lese, habe ich auch den Eindruck, Sie haben nicht nur eine neue Sprache gelernt und sich in neue Denkformen eingedacht, sondern wahrscheinlich hat das Ihr eigenes Denken auch wieder verändert. Und das betrifft ja auch die Schrift. Sie haben ein Buch mitgebracht. Ja. Es beginnt ja schon damit, dass, wenn man dieses Buch auspackt, dass man das Verkehrtum halten muss. Genau, sie haben das gerade. Genau. Es ist sozusagen alles verkehrt. Das ist also ein Exemplar, ich wollte das einmal mitbringen, als ein Beispiel, also ein Buch in traditioneller Fadenbindung. Heute sehen die Bücher in China natürlich nicht mehr so aus, aber bis vor etwa 100 Jahren gab es solche Bücher und das ist eine Reproduktion. Und das Buch muss man dann tatsächlich so aufmachen. Und es ist also jetzt, Sie sehen es richtig, ich sehe es umgekehrt. Also ich würde so blättern. Sie würden so blättern, genau. Und dann also von rechts nach links und von oben nach unten. Und Sie können das jetzt alles lesen? Also jetzt steht es auf dem Kopf, ich kann es nicht lesen, aber grundsätzlich könnte ich das lesen, ja. Und ich müsste so lesen? Sie müssten so sozusagen, mit dem Finger dann oft die einzelnen Zeichen hervorheben und Sie sehen, es gibt keinerlei Punkte. Die Punkte wurden dann von den Lesern selbst eingetragen. Also es ist alles sehr abstrakt, für uns, weil wir die Zusammenhänge nicht kennen. Und da komme ich dann wieder auf den Anfangs unseres Gesprächs zurück. Also daran zeigt sich die Fremdheit des ganzen Gegenständes. Und Fremdheit sollte man aber eben nicht verabsolutieren. Weil diese Kultur uns fremd ist, heißt das nicht, dass nur Chinesen über chinesische Kultur schreiben können. Auch wir als Europäer können uns da einen rational, sozusagen einen Zugang erarbeiten zu dieser Kultur. Das heißt ja auch nicht, dass ich das alles glaube. Das ist ein bestimmtes, ein Worldview oder ein Glaubenssystem, sozusagen. Ein System, das auch durchaus rational mit Argumenten begründet werden kann. Gibt es einen bestimmten Begriff oder eine Idee, die Sie nur auf Chinesisch ausdrücken können? Oder wo Sie denken, da habe ich wirklich eine neue Idee gelernt oder eine neue Sichtweise, alleine dadurch, dass ich diese Sprache jetzt beherrsche? Ja, eine sehr gute Frage. Also es gibt einzelne Wörter, die man natürlich im Chinesischen anders verwendet oder die Kontexte sind anders, die Schattierungen sind anders. Grundsätzlich glaube ich natürlich, dass man jeden chinesischen Text in eine westliche Sprache übersetzen kann und auch umgekehrt. Also ich bin nicht der Meinung, dass die Sprachen nicht übersetzbar sind. Man kann es übersetzen, aber in dem Prozess der Übersetzung gehen bestimmte semantische Gehalte verloren. Zum Beispiel die Idee der Wiedergeburt, die uns natürlich irgendwie auch allen präsent ist. Also wir lernen das in der Schule, was heißt Wiedergeburt? Aber wenn man dann sozusagen in diesen chinesischen Kontexten das Wort Lunhui zu verstehen versucht, dann merkt man, dass es sind andere pragmatische Zusammenhänge. Also wir würden wahrscheinlich im Deutschen sehr deklarativ sagen, ich glaube an die Wiedergeburt, wenn man Buddhist ist. Ich bin kein Buddhist, also ich würde das nicht unterschreiben, aber eine Buddhistin würde das vielleicht so sagen. Auf Chinesisch würde man das nie so sagen. Ich glaube das, oder ich glaube an einen Gott, ich glaube an eine Wiedergeburt. Es ist viel stärker pragmatisch sozusagen gegründet. Es kommt im bestimmten Kontext, es sind Hintergrund Überzeugungen, die eben noch bei sehr vielen Menschen präsent sind. Aber es ist keine Frage des Glaubens. Man muss das nicht irgendwie wie im Monotheismus als ein Individuum bestätigen. Jetzt haben wir schon öfters darüber gesprochen, lässt sich eigentlich chinesische Philosophie übersetzen? Bis hin zur Frage, ist das überhaupt Philosophie? Und darüber wollte ich auch gerne mit Ihnen sprechen, weil das nämlich auch ein Anliegen ist von Ihnen. Sie haben dazu auch mal einen Aufsatz geschrieben im Merkur. Das war sozusagen auch der Aufsatz, bei dem ich auf Sie aufmerksam wurde, weil mich das so interessiert hat. Und zwar haben Sie da verwiesen auf einen Aufsatz von Brian van Norton und Jay Garfield. Die haben 2016 in The Stone, eine Zeitschrift, sich beklagt und haben gesagt, die Philosophie ist komplett eurozentrisch, eurozentristisch. An unseren Lehrstühlen in Europa, in den USA, in Australien wird eigentlich nur westliche eurozentrische Philosophie unterrichtet. Ostasiatische Philosophie, afrikanische Philosophie, die hat man zur Ethnologie oder zur Sinologie oder zur Afrikanistik geschlagen, aber sicher nicht zu den philosophischen Lehrstühlen. Und das unterschreiben Sie ein Stück weit auch, diese Kritik? Richtig, also es ist natürlich ein amerikanischer Kontext, der in Europa ein anderer ist. Also es gibt eben in den Vereinigten Staaten den Multikulturalismus und es wird sehr stark politisch aufgeladen und in diesem Zusammenhang ist also diese Anschuldigung des Rassismus gefallen, die Brian van Norton etwa gebracht hat. Dass eben Philosophen, die sich nicht öffnen für nicht westliche Philosophie, letztlich rassistisch motiviert sein. Und so weit würde ich nicht gehen. Also ich habe da gewisse, also eine etwas moderate, eine moderatere Position. Also ich denke, dass die Lehrstühle der Philosophie früher oder später sich in der Tat öffnen müssen für Denktraditionen wie die arabische Philosophie oder wie die indische Philosophie, die chinesische oder die japanische Philosophie. Und in gewisser Weise tun sie das ja auch schon, weil eben diese Texte seit Langem, über Jahrhunderte auf uns gewirkt haben. Also diese Texte sind uns, sind nicht etwas anderes, was uns sozusagen gegenübersteht, sondern sie sind in unserer eigenen Tradition schon längst angekommen. Also wenn man sich anschaut, wie Leibniz, den ich gerade erwähnt habe, der sich sehr früh schon interessiert hat für das Buch der Wandlung oder später eben Schopenhauer oder Heidegger oder sogar Husserl, der frühe Husserl, der sich begeistert hat für den Buddhismus, da sieht man, dass man auch die eigene Tradition letztlich nur angemessen verstehen kann, wenn man sich dieser Möglichkeit öffnet, dass es sozusagen andere Denksysteme da gibt und andere Argumente, die wir so nicht haben in unserer eigenen Tradition. Das ist ein eher theoretisches Argument. Also man muss sich sozusagen um, also diese, man kann diese Linie nicht a priori ziehen, also das ist Philosophie, das ist nicht Philosophie, weil der Philosophiebegriff bei uns selbst ja auch umstritten ist. Das ist richtig und trotzdem gibt es ja so die Frage, habe ich mich dann auch gefragt in der Vorbereitung, was ist eigentlich Philosophie für mich? Ja. Und ich würde schon sagen, in meinem Philosophiestudium, in dem, was ich betreibe, wenn ich Philosophie betreibe, geht es natürlich um so einen Anspruch, Klarheit zu schaffen. Ich möchte gerne mit Begriffen vorankommen. Ich nutze das Argument und warte auf ein besseres Argument, um meine Meinung zu revidieren. Und wenn ich jetzt Texte lese von Konfuzius, dann finde ich kein Argument. Jetzt können Sie sagen, na ja. Das habe ich zugegeben. Konfuzius selbst ist eben eine schillernde Gestalt, der nicht systematisch eine Position entwickelt. Aber es gibt eben spätere konfuzianische Texte, die eben leider zu wenig gelesen werden in Europa, wie den Menzius und den Schünse oder auch Tschuchi im 12. Jahrhundert, wo eben dann doch tatsächlich Argumente gebracht werden. Interessanterweise reduziert man dann das ostasiatische Denken immer auf diese Texte, die noch sehr, wie soll ich sagen, fast schon poetisch sind. Genau, oder das Rätselhafte. Also man ist dann, dasselbe könnte man über die indische Philosophie sagen. Die indische Philosophie ist vielleicht gerade ein sehr gutes Beispiel, weil sozusagen systematische Argumente über die Zeit, über Subjektivität, was heisst eigentlich bewusst sind, die gab es da, die sind da sehr früh ausformuliert worden. Und so jemand wie Nagarjuna, den ich auch in meinem Buch erwähne, der im Grunde wichtiger noch ist als der historische Buddha, der oft als der zweite Buddha geführt wird, der hat eine ganz philosophisch hochinteressante Version des Buddhismus entwickelt. Und diese Version ist sehr früh dann ins Chinesische besetzt worden und hat in China gewirkt, sodass man im Grunde auch nicht von der chinesischen Philosophie sprechen sollte, sondern eher von so etwas von einer hybriden ostasiatischen Philosophie. Die Traditionen sind im Gespräch gewesen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, wir werden nachher eine Liste machen mit Texten, die vielleicht auf Englisch oder Deutsch erhältlich sind. Chinesische Philosophie, bei der man wirklich was versteht, nicht wie Konfuzius, und dann stellen wir die auf Facebook, okay? Ja, super. Dann kann man sich da mal ein bisschen einlesen. Ich finde trotzdem interessant, Sie haben ein paar Philosophen jetzt erwähnt, die sich tatsächlich schon auf chinesische Philosophie bezogen haben. Also Schopenhauer ist ein sehr gutes Beispiel. Sie haben Ernst Tugendhardt erwähnt. Gleichzeitig gibt es natürlich schon auch so eine Engführung in der Philosophie, würde man sagen, die analytische Philosophie, die immer wichtiger wird, auch in Deutschland, in der Schweiz, wird sehr viel analytische Philosophie, also angelsächsisch geprägte Philosophie betrieben. Und was ich zum Beispiel schätze an dieser Philosophie, ist tatsächlich eben diese Klarheit, dieses Gefühl von, man kann sich argumentativ austauschen. Und Sie würden also sagen, das ist ein absolutes Missverständnis und ein Vorurteil, dass ostasiatische Philosophie weniger klar ist. Genau. Können wir das so zusammenhalten? Also ich schätze die Klarheit auch sehr. Also ich bin in einem Philosophie-Department und ich, wenn ich zum Beispiel mit meinen Studierenden über den Nagarjuna spreche, diesen wichtigen Buddhisten, den ich gerade genannt habe, dann muss ich auch mit Argumenten kommen. Also die Studenten, die Studierenden stellen mir ganz ähnliche Fragen, wie sie eben auch in einem deutschen Philosophie-Department gestellt würden. Und diese Argumente gibt es aber auch. Und deswegen ist auch diese Idee, dass buddhistische Denker nicht nach Klarheit gestrebt hätten, ist wahrscheinlich ein Missverständnis in der Tat. Weil es das gab und es kommt natürlich, man muss natürlich auch darüber sprechen, was heißt eigentlich Klarheit? Heißt das nun begriffliche Klarheit? Glaubt man daran, dass man Begriffe immer weiter ausdefinieren kann und sozusagen ein Begriffsnetz errichten kann, das dann alle unsere Fragen lösen kann? Oder gibt es nicht auch andere Momente, zum Beispiel therapeutische Aspekte in der Philosophie, die wir auch berücksichtigen sollten? Ja, und interessant ist ja, dass es wiederum innerhalb von Europa die Kritik gibt an der analytischen Philosophie, dass sie zu sehr auf die argumentativen Strukturen, auf Begriffsklärung aus ist und dann, dass gewisse Dinge der Philosophie vielleicht auch verlustig gehen. Also gewisse Texte, sagen wir mal, der späte Schelling zum Beispiel, der lässt sich natürlich überhaupt nicht erfassen, wenn man aus der analytischen Philosophie darauf geht. Ich denke, Michael Hampe spricht da sehr schön von einer Pendelbewegung in der europäischen Philosophiegeschichte. Es gab immer auf der einen Seite diese Idee, dass man begrifflich Probleme klären könne und systematisch ausformulieren, ein System entwickeln könne und auf der anderen Seite gab es eben immer diese Idee, dass Philosophie auch irgendwie lebensweltlich relevant sein müsse. Philosophie als Lebenskunst. Therapeutisch, genau. Und diese beiden Elemente findet man in der europäischen Philosophiegeschichte und deswegen ist da kein absoluter Gegensatz sozusagen zu konstruieren zur ostasiatischen Philosophie. Wie schaut denn ein Curriculum aus, ein Lehrplan bei Ihnen in Taipei? Also sind die Studierenden in China denn auch so, dass Sie gerne auch jetzt Nietzsche und Kant lesen? Ja, ja. Taipei ist natürlich sozusagen die Republik China, also es ist nicht direkt Teil von China, da gibt es viele politische Diskussionen drum, aber es ist sozusagen ein liberaldemokratisches Land, in dem man aber diese chinesischen Traditionen doch noch antrifft im Leben und so gibt es eben, es ist erstaunlich im Grunde, in diesen Philosophie Departments in Taiwan gibt es immer Lehrstühle für europäische Philosophiegeschichte und dann Lehrstühle für chinesische Philosophiegeschichte oder auch dann Lehrstühle für den Buddhismus. Und welchen Lehrstuhl haben Sie? Ich habe einen Lehrstuhl für chinesische Philosophiegeschichte, was natürlich auch interessant ist, als ein deutscher, als ein deutscher Wissenschaftler, ja. Und meine Studierenden, die studieren alles Mögliche, also Davidson, Quine, Kant, Hegel sind natürlich auch gängige Namen, die die Leute auch anziehen oder Sartre, die Husserl, die Phänologie genießt einen sehr guten Ruf. Und dann gibt es aber eben auch immer sozusagen Leute, die sich stärker für den Daoismus interessieren oder für den Konfuzianismus. Es gibt da keinen sozusagen absoluten Gegensatz. Die Leute sprechen alle miteinander und das ist im Grunde das Schöne an meiner Situation, beruflichen Situation in Taiwan, dass man sehr tolerant ist gegenüber diesen anderen Traditionen. Ich habe mir überlegt, ist nicht dieses Sprechen darüber, was ist jetzt Philosophie und was nicht, wie sollten wir die Lehrstühle benennen, immer auch sehr stark geprägt von den Vorurteilen. Und das ist ja sowieso etwas Interessantes, wenn man an diesen interkulturellen Austausch denkt. Schaffen wir es überhaupt, aus unserem Blickwinkel herauszusteigen und vorurteilsfrei zu blicken? Wahrscheinlich nie. Und ich habe dann auch Mulan Sun gefragt, welche Vorurteile waren es eigentlich, die ihr entgegengebracht worden sind, als sie in der Schweiz ankamen. Ich möchte das ganz kurz zusammen anschauen. Als ich am Anfang in der Schweiz, bevor 14 Jahre in die Schweiz gekommen bin, wollte ich ein Zimmer suchen für mich. Und dann habe ich durch einen Kollegen kennengelernt, dass jemand, eine alte Dame möchte, ein Zimmer in ihr eigenes Haus vermieten. Dann bin ich zu den Damen gegangen und dann, als sie die Tür aufgemacht hat, sie ist eine ganz elegante Dame mit einem Puderhund im Arme. Dann hat er auch, von woher kommen sie, hat sie mich gefragt. Dann habe ich gesagt, ich komme aus China. Und hat sie Hund geschaut und mich gefragt, essen Sie Hund? Ein gängiges Vorurteil? Das Hundeessen. Also Chinesen essen in der Tat Hunde. Also ich bin, in meinem Buch beschreibe ich das einmal, wie ich selbst einmal Hundefleisch gegessen habe. Mehr oder weniger unwissentlich in China. Und ich bin dann, habe mir später Vorwürfe gemacht, das hätte ich nicht tun sollen. Aber Hundefleisch wird in der Tat oft noch gegessen von Chinesen. Nicht überall. Es ist natürlich auch, es kann leicht ein Klischee werden, wenn man das so sagt, aber es ist ja Teil der Lebenswirklichkeit. Und gleichzeitig war das jetzt für Mulan Sun zum Beispiel ein Vorurteil, etwas, was Sie irritiert hat, dass man Sie das fragt. Deshalb, mein Buch ist ein Plädoyer für die genaue Beobachtung von Wirklichkeiten. Also wir sprechen immer sehr schnell über China oder sowieso über aussereuropäische Länder sprechen wir und Kulturen sprechen wir sehr schnell, weil wir keine Zeit haben und weil wir natürlich irgendwie unsere, ja, unsere irgendwie herüberkommen, wir wollen etwas herüberbringen. Aber ich plädoyere dafür, dass man sich die Zeit nehmen sollte, das andere wirklich zu verstehen und zu erleben. Und gerade so ein Beispiel mit dem Hundefleisch ist es sehr gut, weil ich will nicht sagen, dass es ganz falsch ist, aber es ist eben doch sehr vereinfachend, wenn man plötzlich sagt, Chinesen essen Hundefleisch. Es ist ein... Gibt es Vorurteile, die Ihnen gegenübergebracht worden sind als Deutschen? Ja, eine sehr gute Frage. Als Deutscher in einer chinesischsprachigen Gesellschaft einerseits wird man natürlich immer für sehr rational gehalten. Also aus Deutschland kommt im Grunde alles sozusagen oder sehr vieles, was für die Moderne wichtig gewesen ist. Also von den Naturwissenschaften, die Chemie, die Biologie und die Juristerei, die Jurisprudenz und dann die Philosophie. Das wirkt natürlich auch in Taiwan. Und diese Idee ist immer, dass ein Deutscher in irgendeiner Weise an diesem Erbe teilhat und dass auch die Denkweise eines Deutschen dann sehr rational sein müsste. Das ist das eine. Ja, und dann gibt es vielleicht ja, ich bin natürlich als ein weißer Mann, als weißer Mann werde ich wahrgenommen und in Taiwan gibt es Vorurteile gegen Ausländer wie überall. Also zum Beispiel ist die Idee, dass Ausländer oft ja trinken und sich irgendwie nicht zu benehmen wissen, nicht so gesetzt sind oder so selbst, sich selbst im Griff haben wie Chinesen und dann passe ich zum Beispiel dann auf, dass... Kein edler Mensch. Ja, also bestimmte Bewegungen vielleicht vermeiden sollte oder so, dass man, ja, Obama hat das mal sehr schön gesagt, wie er als farbiger Mensch in den USA, also wie er in der Öffentlichkeit eben sich langsamer bewegen müsse, um nicht mit bestimmten Menschen ja assoziiert zu werden. Und daran muss ich oft denken im Alltag, also dass man im Alltag einfach, ja, bestimmt sozusagen etwas konservativer auftreten muss, als ich in Deutschland auftreten würde. Das ist vielleicht so ein Ding, ja. Sprechen wir noch über das moderne China und das moderne Taiwan. Etwas, was ja interessant ist, ist, dass der Regierungschef von China, der jetzige, also Jinping, der legt grossen Wert auf den Konfuzianismus. Es gibt ein richtiges Konfuzianismus Revival. Es gibt das sogenannte Soft Power Strategie rund um den Erdball, Konfuzianismus Institute, die entstehen. Das ist ein Stück weit natürlich einfach so eine Machtdemonstration. Die sind sehr stark kontrolliert von China aus. Und trotzdem kann man sagen, der Konfuzianismus wird wieder hervorgekramt und gepflegt. Ist das ein ehrliches Interesse daran? Ja, das ist eine sehr, sehr komplizierte Frage. Also wenn Sie sagen ehrlich, dann scheinen Sie abzuheben auf seine Intentionen. Also Xi Jinping ist ja nur sozusagen aufrichtig und da messe ich mir kein Urteil zu. Das ist natürlich in weiterer Hinsicht auch ein Gegenstand der empirischen Sozialforschung. Und ich bin da, habe da bestimmte Meinungen, aber ich denke, ich bin offen für andere Meinungen. Aber grundsätzlich, auch in meinem Buch vertrete ich die These, denke ich, nicht, dass das heutige China konfuzianisch ist oder in irgendeiner Weise wieder konfuzianisch werden könne, weil einfach zu viel weggefallen ist. Also über die letzten Jahrhundert Jahre ist zum Beispiel das konfuzianische Prüfungswesen, das war immer sehr wichtig, weggebrochen. Und auch der Kult um den Himmel und bestimmte religiöse Elemente sind längst weggebrochen. Was meinten Prüfungswesen? Also das eben in der traditionellen chinesischen Gesellschaft war es sehr wichtig, klassische Texte zu verinnerlichen und dann in Prüfungen, also in den Beamtenprüfungen sozusagen zu reproduzieren. Und das war Teil sozusagen der soziale Kit, der soziale Kit, mit dem chinesischsprachige Gesellschaften durch die Jahrhunderte existiert haben. Das verstehe ich nicht. Also wenn man jetzt eine Stelle möchte beim Staat, dann musste man Konfuzius rezitieren? Es gab dann einen bestimmten Kanon, den man auswendig lernen musste, zum Beispiel im 12. Jahrhundert in der Sung-Dynastie. Ich habe ja diesen Text sozusagen gerade in die Kamera gehalten. Das ist ein Ritualhandbuch und zum Beispiel so einen Text musste man dann mehr oder weniger verinnerlicht haben und dann in einer Prüfung wiedergeben. Er musste Fragen zu diesem Text beantworten. Das war so ein relativ rationales Element eigentlich. Also zum Beispiel die Franzosen im 18. oder 19. Jahrhundert haben sich inspirieren lassen, als sie ihr eigenes System der Beamtenprüfung aufgebaut haben von den Chinesen. Das war ein relativ modernes Element der Elitenbildung. Und da spielt uns sozusagen konfuzialische Texte eine sehr große Rolle. Und wenn man sich anschaut, wie heute Eliten gebildet werden in China, dann findet man das eben nicht mehr. Also der Marxismus oder der Leninismus, der Maoismus sind sozusagen der Content, Social Content oder der ideological, der ideologische Gehalt dieses gesamten Staates. Konfuzianische Ideen werden ab und zu mal präsentiert in der Öffentlichkeit. Also Xi Jinping in seinen Reden beruft sich gern mal auf Konfuzius und es gibt die Konfuzius-Institute, die Sie gerade erwähnt haben, weil ich habe immer den Verdacht, dass es eine Fassade ist. Und in der Lebenswirklichkeit der Menschen, es gibt bestimmte Elemente, die man vielleicht so verstehen kann, also ein gewisses Bedürfnis nach Harmonie, also dass die Leute zum Beispiel an einem runden Tisch sitzen, was wir oft sehr merkwürdig finden. Also wir sitzen an eckigen Tischen, heute ja auch, aber Chinesen sitzen immer irgendwie an runden Tischen. Woher kommt das? Und dass man zusammen ist, also dass nicht jeder selbst für sich bestellt, sondern dass man gerichtet zusammen ist. Dass man sie teilt. Dass man sie teilt, ja. Es wirkt für uns eigentümlich und das wird dann so oft verstanden als Ausdruck der traditionellen chinesischen Kultur und da mag was dran sein. Und im Bildungssystem werden jetzt... Aber Sie sagen, das mag aus Ausdruck sein... Ja, in der sozialen Realität sind Chinesen ganz knallhart in der Durchsetzung ihrer eigenen Interessen. Wenn man sich anschaut, wie Chinesen heutzutage in China ihre Interessen durchsetzen oder außerhalb von China, das ist knallharte Machtlogik. Und sozusagen dieses, was Sie gerade angesprochen hatten, dieses Ideal des Edlen, der Jinse, der sich sozusagen zurückhält und auf Harmonie bedacht ist und die Rituale einhält, das findet man da nicht. Warum ist es denn für mich so, wenn ich Kontakt habe zu Chinesen, dass ich trotzdem den Eindruck habe von einer unglaublichen Höflichkeit, auch Distanziertheit, aber so dieser Edelmut, das passt für mich sehr gut als Begriff. Nicht dieses sich aufregen. Bei Wissenschaftlern haben Sie das beobachtet? Oder bei Architektur? Ja, oder jetzt auch, genau, auch zum Beispiel diese Architektur. Ja, und diese, das ist sicherlich, also in der Charakterbildung, das will ich gar nicht verneinen, dass es da bestimmte Elemente natürlich gibt, dass man sich im Griff haben muss zum Beispiel. Es kann daher kommen, aber es kann natürlich auch Ergebnis sein eines politischen Systems, dass eben zum Beispiel die freie, ja, die Äusserung einer Meinung eben nicht toleriert, dass eben die Leute, gerade an den Universitäten, die Studierenden in China werden, nicht in Taiwan, aber in China werden halt dann doch sehr stark kontrolliert ideologisch. Ja, ja, und ich merke gleichzeitig auch, wenn ich spreche, ertappe ich mich schon wieder dabei, wie ich wieder in die Vorurteilsfalle, in die Verallgemeinerungsfalle, reintappe, indem ich nämlich so tue, als könnten wir über den Chinesen sprechen, wo ja keiner auf die Idee käme, über den Europäer zu sprechen. Ich würde mich ja wehren, wenn ich schon nur in einen Topf geworfen würde mit einer Person irgendwo in der Schweiz. Genau, ja, das ist sozusagen, wir vereinfachen, und es sollte darum gehen, Individuen zu beobachten, zu beschreiben und individuelle Realität zu verstehen. Genau. Vielleicht, was mich trotzdem noch interessiert, Sie sagen in Ihrem Buch auch, wer ostasiatische Philosophie oder ostasiatische Gedankenwelten verinnerlichen will, der sollte sich fernhalten vom Geschwätz, von der Dauerbespielung, von der Rundum-Kommunikation und in die Stille gehen ein Stück weit. Und gleichzeitig hat Ihr Buch ja ein Cover, wo man jetzt sagen muss, das hat jetzt mit sich herausnehmen aus dem Gewusel des Alltags äusserst wenig zu tun. Muss ich das ironisch verstehen? Absolut, eine ironische Brechung wieder mal. Also ich wollte nicht ehrfürchtig, dass andere sozusagen da beweihräuchern, sondern ich wollte mich dem anderen aussetzen und das tue ich ja weiterhin. Und der Buchtitel bringt das so ein bisschen zum Ausdruck, dass es eben einerseits dieses, wie Sie gerade gesagt haben, dieses Schweigen als einen zentralen Wert in Ostasien gibt und die Meditation, da haben wir noch nicht viel drüber gesprochen, ist von einem deutschen Philosophen beschrieben worden als ein Hinausspähen ins Nichts. Das ist toll gesagt, Gernot Böhmer hat das so gesagt, also die Idee, dass man erst mal still sein muss und nicht gleich die eigenen Eindrücke, die man so macht in der Introspektion, gleich wieder sprachlich erschließen muss, sondern dass man sie einfach geschehen lassen sollte. Das ist ein sehr schöner Gedanke und den findet man eben gerade im Buddhismus an zentralen Stellen. Das ist das eine, aber dann eben sozusagen, um zu zeigen, dass es da Brüche gibt und Widersprüche, komme ich dann zurück auf dieses Titelbild, dass eben da in der Tat in der Lebenswelt von Chinesen heute so etwas kaum noch Platz hat. Das heißt, die Lebenswelt, auch jetzt da, wo Sie leben, gleicht mehr diesem Schwimmbad hier? Dem Gewusel. Ja. Auf Taiwan gibt es weniger Menschen als in China. Das ist ein Vorteil. In China ist es oft ja in der Tat ein bisschen zu voll an vielen öffentlichen Plätzen. Und ja, in Taiwan, es gibt natürlich Rückzugsorte, auch in China, zum Beispiel Tempel oder Bibliotheken und die Menschen. Es gibt immer mehr ein sehr starkes religiöses Bedürfnis, auch in China. Und die Menschen suchen das natürlich. Aber es ist eben sozusagen dieser scharfe Kontrast dann zu der Realität. Jetzt haben wir eine Reise gemacht durchs chinesische Denken, eine Oberflächenreise. Aber wenn Sie in den letzten Minuten noch so ein paar Ideen vielleicht noch einmal zusammenfassen würden, was würden Sie sagen, wer sich auf chinesische Philosophie oder auf ostasiatische Philosophie ein bisschen breiter gefasst einlassen möchte, was sind die zentralen Ideen vielleicht dennoch, die man vielleicht so mitnehmen könnte oder wo man mal anfangen könnte, darüber nachzudenken? Also ich denke, ein ganz wichtiges Grundproblem ist die Subjektivität. Was heisst es eigentlich zu sagen, ich habe jetzt Schmerzen? Also wie bei Wittgenstein spielt das eine Rolle, wenn man so Sätze sagt wie ich habe Schmerzen oder ich fühle Wut, dann glaubt man irgendwie mit diesem Wort Ich auf etwas Bezug nehmen zu können. Da ist jemand, der spricht und es ist natürlich dann mit Descartes das Problem der Subjektivität direkt ins Zentrum gerückt der europäischen Philosophie und in Ostasien gab es sehr früh schon ähnliche Überlegungen. Was heisst das eigentlich Ich und auf was nehme ich da eigentlich Bezug, wenn ich über mich selbst spreche im Buddhismus? Und letztlich hat der Buddhismus natürlich dann die Position bezogen, dass es das Ich überhaupt nicht gibt. Und das kann man auch als eine Ethik ausformulieren. Also ich soll mich nicht um mich sorgen, ich soll nicht die eigene Egozentrizität weiter befördern, sondern ich soll eher die Ichheit aus mir heraustreiben und ich soll mich eher entledigen und sozusagen öffnen für die Realität anderer Menschen. Und ich denke, das ist ein sehr schöner Gedanke und ein sehr wichtiger Gedanke, von dem man noch sehr viel lernen kann. Und also einerseits die Frage, was ist eigentlich das Selbst und was heisst Bewusstsein? Also wie kann man jenseits des Bewusstseinsstroms überhaupt ein Ich annehmen, dass da irgendwie so ein transzendentales Ego sozusagen, dass da ja kontinuierlich sozusagen die Einheit meiner Erfahrungen sichert und was heisst das für meinen Alltag, für meine Lebenspraxis? Das finde ich weiterhin einen sehr faszinierenden Gedanken und dieser Gedanke wird bei vielen buddhistischen Denkern ausbuchstabiert und Nagarjuna wäre ein schöner Punkt vielleicht, wo man einsetzen könnte, dass man sich Nagarjuna einmal, dass man sich einen Text holt und versucht sozusagen hinein, in diesen Text sich hinein zu meditieren oder ihn auch rational zu durchdenken. Jetzt haben Sie zwei Varianten, hinein meditieren oder rational durchdenken. Machen Sie beides? Ich denke, ich mache beides. Ich denke, die Philosophie, vielleicht bin ich da von Wittgenstein beeinflusst, aber ich denke, die Philosophie hat natürlich einen rationalen Kern, dass man etwas durchdenken möchte und dass man Klarheit schaffen möchte. Aber es gibt immer auch dieses therapeutische Moment, dass man letztlich in der eigenen Lebenswelt gefangen ist und sozusagen da einfach auch manchmal sich den Erscheinungen und diesen Fluss, den Lebensstrom aussetzen muss, um etwas über sich selbst zu verstehen. Vielleicht gibt es ja sogar Weisheit. Das alte Versprechen vieler Philosophen war ja Weisheit. Ich denke, dieses Versprechen ist noch nicht tot. Also wir können da nochmal, also wir sollten darüber nachdenken. Ob und wie Philosophie uns weiser macht. Ja, genau. Und die Ostasiaten können uns da viele Ansätze geben oder viele Anregungen geben. Und Anregungen geben, das wäre wahrscheinlich Ihre Pointe, die wir so in der westlichen Philosophie nicht gefunden haben oder finden. Es ist also kein absoluter Gegensatz. Es gibt Überschneidungen natürlich, aber es gibt auch, würde ich sagen, gerade im Buddhismus, genuine Überlegungen, die man so in Europa nicht formuliert hat. Ich habe etwas gelernt. Ich glaube, wenn man sich lange mit ostasiatischer Philosophie auseinandersetzt, wird man vielleicht auch zurückhaltender im Urteil. Das könnte sein, ja. Wenn ich nicht zuhöre, habe ich den Eindruck. Ja, das deskriptive Moment, dass man vielleicht, ja, also dass man Erfahrung erst einmal beschreiben muss. Und gerade diese Erfahrung der Globalität, also ist ein Buch sozusagen, das da den Anfang genommen hat. Also meine Erfahrung als ein junger Mensch, dass man hinausgeht in die Welt und dass da braust und rauscht alles da draußen und irgendwie muss man das erst einmal erfahren können und sozusagen vielleicht in einem zweiten Schritt dann begrifflich durcharbeiten. Ich möchte schliessen mit Konfuzius. Von dem gibt es ein Zitat, der sagte, der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken, das ist der edelste. Durch Nachahmen, das ist der leichteste. Durch Erfahrung, das ist der bitterste. Ich bin froh, dass wir nachgedacht haben. Damit haben wir den edelsten Weg gewählt. Ob das Zitat von Konfuzius stammt oder nicht, frage ich Sie jetzt nicht mehr. Ich danke Ihnen sehr, Kai Marschall, dass Sie hier waren. Danke sehr. Ja, unsere Reise nach China setzen wir jetzt gleich fort mit einem Film, der chinesische Kunstschaffende porträtiert und ihren Blick aufs heutige Reich der Mitte freilegt. Nächste Woche wagen Yves Bossard und ich einen Ausflug ins Delirium. In einer Sternstunde der Nacht diskutieren wir mit verschiedenen Gästen, worin der Reiz des Rausches besteht und ob der wahrhaft glückliche Mensch ihn ebenfalls braucht. Die Sternstunde Nacht sehen Sie am kommenden Samstag um 20.55 Uhr auf SRF 2. Am Sonntag dann regulär um 11 ein Gespräch mit Anne Appelbaum über Osteuropa. Eine gute Woche. Bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Osteuropa. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Osteuropa. 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 Osteuropa.